herzlich willkommen zum heutigen chespresso ja diesen chespresso drehe ich in der weihnachtszeit und newsletter wird er verschickt an einem 25 dezember und da dachte ich mir naja wer hat denn eigentlich am heiligen abend geburtstag damit man diese verbindung ein wenig herstellen kann und es ist emmanuel laska der einzige deutsche weltmeister wurde am 24 dezember 1868 geboren also ein grund für mich eine seiner partien zu zeigen aus dem achten weltmeisterschaftskampf gegen siegbert taras diese weltmeisterschaft gewann er wie ja viele andere auch eine der längste weltmeister der je die krone inne hatte wie gesagt der einzige deutsche weltmeister und einer der gründe warum er dieses match gewinnen konnte dieses achte weltmeisterschafts match was in düsseldorf und münchen ausgetragen wurde war sicherlich auch seine zähe verteidigung denn wir werden jetzt hier gleich eine partie sehen bei der er ganz schön schlecht stand mit dem rücken zur wand doch er kämpfte sich da heraus und wie das genau ablief das zeige ich euch in unserem heutigen chespresso genau also taras eröffnete mit dem zug erstens e4 und 1908 natürlich die eröffnungstheorie die waren noch nicht allzu weit vorangeschritten aber trotzdem waren das schon richtig richtig starke spieler die schon relativ viel über eröffnung wussten zum beispiel dass die spanische partie eine der besten eröffnung nach erstens e4 e5 für beide seiten ist und so wurde das auch hier gespielt übrigens wer mehr über zum beispiel emanuel lasker oder die anderen weltmeister wissen möchte dem empfehle ich sehr meine weltmeisterserie lerne von den weltmeistern habe ich jedem weltmeister zehn partien gewidmet und versuche dort auf lehrreiche art und weise die karriere der spieler durchzugehen und dabei auch immer wieder trainingsaufgaben zu stellen die ihr dann lösen sollte also hier kam springer f6 etwas was heutzutage als art berliner mauer bekannt ist kurze rohade und natürlich kennen wir hier alle den zug springer schlägt e4 doch lasker entschied sich für das bisschen passivere d6 und taras schließt sich da nicht zweimal bitten spielte d4 versuchte also direkt diesen durchbruch im zentrum zu schaffen jetzt könnte man sagen na gut wir nehmen jetzt hier raus e schlägt d springer schlägt d4 läufer d7 kann man natürlich durchaus so spielen ist nichts verkehrt damit aber es kam hier läufer d7 von lasker er versuchte also hier ein bisschen spannung aufzubauen in der hoffnung dass sie vielleicht mal sowas kommt wie d5 springer e7 der springer geht nach g6 kann sich vielleicht mal das feld e4 angucken und man kann zumindest behaupten dass so viel hier noch gar nicht passiert ist wobei diese stellung hier natürlich sehr an einen königs in der erinnert wo jetzt die weißfältigen läufer abgetauscht werden und das problem bei einem königs in da ohne weißfältige läufer für schwarz ist dass diese ganzen angriffe richtung weißen könig nicht mehr funktionieren weil einer der hauptideen im königs in da ist es ja irgendwann mal mit läufer schlägt h3 eine figur zu opfern um gegen den gegnerischen könig durchzudringen also auch d5 hier ein guter zug springer c3 läufer e7 normale entwicklung jetzt wird hier auf d4 rausgenommen und kurze rohade gespielt schwarz ist super entwickelt aber steht natürlich ein bisschen passiv ist hinten drin die figuren stehen auf e7 d7 c6 und f6 das ist jetzt kein strotz jetzt nicht vor aktivität aber es ist auch trotzdem natürlich sehr solide läufer schlägt 6 läufer schlägt c6 alles wird hier abgetauscht und jetzt ein zug der taktisch sehr sehr interessant ist der beste zug wäre hier wahrscheinlich gewesen f4 zu spielen natürlich mit der drohung direkt mal a5 e5 zu machen sich schnell zu entwickeln königs angriff zu betreiben doch der zug springer e2 auch nicht uninteressant denn die idee ist natürlich dass nach springer schlägt e4 springer d4 hier richtige probleme entstehen zum einen ist der springer angegriffen zum anderen droht springer schlägt c6 eine sehr unangenehme schon verlustbringende situation stattdessen kam hier da mit d7 und die überführung nach g3 und ich hatte erst überlegt ob ich dieses kapitel dieses diesen chespresso mit der mächtige springer überschreibe denn dieser springer der wird noch zu prominenter rolle bekommen und hätte der matchwinner sein können turm fe8 b3 turm a d8 finde ich zwei sehr logische züge die figuren in die mitte zu stellen läufer b2 und hier ging es jetzt ein bisschen in die falsche richtung für schwarz denn laska spielte hier den zug springer g4 ja hatte wahrscheinlich noch nicht mal so einen aktiven gedanken sondern der hauptpunkt ist ich will gerne läufer f6 spielen um diesen unangenehmen läufer zu entkräftigen aber vielleicht seht ihr es schon wenn ich haltet gerne das video an und überlegt euch ein bisschen was hier der richtige zug sein könnte denn das kommt zu spät hier hat weiß ein sehr sehr starken zug und dieser zug lautet läufer schlägt g7 denn nach könig schlägt g7 ist ganz schlicht und ergreifend das problem springer f5 mit schach sperrt die deckung der dame auf den springer ab und dem nächsten kommt dame schlägt g4 springer schlägt f2 könig schlägt f2 kam stattdessen könig schlägt g7 und springer f5 und natürlich auch hier steht weiß klar besser doch ich habe es zähe verteidigung genannt dieses kapitel weil tatsächlich schwarz diese stellung hier noch gewann also weiß hat nichts weniger einen fantastischen springer auf f5 schwarz steht hier mit dem läufer auf e7 ziemlich hinten drin und nach dame schlägt a7 hat weiß sogar eine figur einen bauern mehr also eigentlich spricht ja alles für weiß aber laska und das ist wirklich weltmeisterlich schaffte es sich hier aus dieser sehr brenzligen situation zu befreien zuerst indem man merkte okay der turm auf e5 der steht da riesig der springer auf f5 will dort nicht weg und damit steht der turm auf e5 dort für immer und der e4 kann natürlich ein potenzielles angriffsziel sein dame c3 dame f7 kann man machen direkt d5 ein zug den wir später noch sehen werden hier wäre vielleicht schon relativ stark gewesen moment ist natürlich der bauer auf e4 tabu wegen dame schlägt f6 also es kam dame f7 um den zu decken und d5 vorzubereiten springer g3 läufer h6 der läufer ist nun auch endlich befreit dame f3 und endlich kommt dieser zug d5 der natürlich als befreiung gedacht ist und hier wurde jetzt weiß weiß ich nicht kam ein bisschen auf dem falschen fahrt der beste zug hier ist weiterhin springer f5 denn d schlägt e4 ist nicht so eine ganze drogen weil der springer nach springer schickt h6 die auch die dame auf f7 angreift also hier wahrscheinlich wieder läufer f8 und jetzt schlägt d5 und auf g4 stabilisieren nicht nur um den springer zu decken was natürlich ein grund ist aber vielleicht auch mal perspektivisch hier nach g2 gehen zu können wobei im moment nach läufer c5 schacht müsste man natürlich nach f1 um den turm auf e1 weiterhin gedeckt zu halten also springer f5 wäre klar besser gewesen stattdessen kam e schlägt d5 und jetzt auf einmal auch wenn die weiße stellung immer ob er immer noch objektiv in ordnung ist rollt die schwarze angriffslawine c schlägt d turm d3 dame e6 der läufer auf e3 steht sicher der weg des springers nach f5 ist jetzt dicht der kann er nicht mehr hingehen weil turm und dame drauf sind turm e2 f5 f4 der bauer marschiert voran und ja es gibt gar nicht mehr so viel was hier weiß wirklich machen kann weiß findet hier den besten aber natürlich auch einzigen zugspringer hart 1 d4 der läufer ist dort manifestiert auf e3 und nicht nur das da könnte man auch sagen ja manchmal kann man ja auch drum rum spielen manchmal kann man das auch aber nicht in dieser situation denn dieser läufer nimmt so vielen weißen figuren wichtige felder weg dass das ein richtiges monster dort ist und natürlich fühlt sich der weiße könig auf f1 auch nicht so ganz wohl springer f2 dame a6 alles wird an händen und füßen gefesselt und die nächste schwäche ist bereits ausgemacht das sind die bauern am königsflügel die wir jetzt hier gewinnen und hier steht bereits schwarz auf gewinn natürlich hätte man sagen können ja wir können auch hier h3 machen aber auch hier nach turm g3 das fällt alles in sich zusammen es drohen ja auch immer matt geschichten sagen wir mal dame schlägt d5 hier kann man sich ja schon überlegen ob sowas geht wie zum beispiel dame schlägt h3 weil der ist ja vergiftet wegen turm g1 matt also da gibt schon allerhand an taktischen ideen ja weiß versucht zu laufen aber das alles nichts wir sehen die stellung ist sehr sehr verkrampft von weiß und ja man muss jetzt hier nur schauen dass man nicht ein dauerschach läuft oder in einen matt oder in einen konter und dann kann man zur rechten zeit hier alles öffnen und hier wurde bereits die partie aufgegeben denn der turm auf e2 hängt im falle von turm schlägt e6 kommt einfach turm schlägt e6 der h4 ist lang der schuldigung der e1 ist langfristig nicht mehr zu verteidigen auch weil natürlich läufer h4 immer droht also richtiger zeit um aufzugeben das tatarach das war die zweite runde des weltmeisterschaftskampfes laska holte einen vollen punkt mit schwarz das natürlich immer super wichtig ist und ja war auf dem weg zur titelverteidigung ich hoffe diese chespresso hat euch gefallen ihr konntet ein bisschen was lernen schaut gerne bei www.chessimi.com vorbei um euch inspirieren zu lassen um ein paar kurse zu kaufen um euer schach zu verbessern und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald an anderer stelle wieder bis denn